Aufgepasst es ist versprochen, ich werde heute für euch kochen, nein, kein Müsli aus Dose, auch keine Nudeln, keine Soße, denn Schweinebraten ist mehr Schnuppe, ich koch jetzt ne Kartoffelsuppe. Zwei Pfund Kartoffeln werden geschält und gekocht, mit Salz dran so hätte ich sie so schon gemocht, doch jetzt kommt noch Butter und sie werden gestampft, und mit Milch wird's gekocht bis es blubbert und dampft, noch Speck rein und Zwiebeln, gebraten in Schmalz, und Würstchen in Scheiben, und Pfeffer und Salz, und dann darüber noch Suppengrün, wenn das eine riecht, dann iss er hin. Ach du meine Christa, und Olivia, meine Jetta, und Bella, und Saskia, ich liebe euch alle, ob gelb oder weiß, im Salat seid ihr kalt, und im Topf seid ihr heiß. Ich liebe euch Milch und mal mit Biss, mal gekocht, mal gebraten, und als Kloß ganz gewiss, hier meine geschmacksvollen, saftvollen, kraftvollen, ganz einfach prachtvollen, Kartoffeknollen.